Herzlich Willkommen, was für ein Intro, was für eine Einleitung, egal, herzlich Willkommen beim weltbesten Let's Play der Welt, beziehungsweise heute probieren wir mal was, und zwar Fußballmanager 2010. Das Spiel, dieses sechs Jahre alte Spiel, oder ist es schon älter, ich weiß es nicht, ist, habe ich gerade mal so wieder für mich entdeckt und ich wollte euch mal mitnehmen in, oder eine kleine Reise unternehmen in die Weiten des Fußballs und das Online-Spiel, ach das lassen wir erstmal, aber wir nehmen hier neues Spiel, mal gucken was es wird, ein Spiel, das erhitzt die Gemüter. Nach den wunderbar emotionalen Videos der letzten, oder der momentan laufenden Reihe Eurotax Simulator, die ja nicht viel Platz zur Emotionalität bietet, versuchen wir es jetzt mal mit dieser Reihe, beziehungsweise mit Perfektgeist probiert, oder beziehungsweise ich probiere, ja wir spielen mit Entlassungen, ja komm, zack rein damit, Nehmen wir die Bundesliga, ja komm, zack rein, da hatten wir an, wir sehen hier schon schöne Bilder vom Fußball, ich bin überhaupt kein Fußball-Expert, ich kenne mich nicht aus, Neuen Spiele anlegen, ähm, wie nennen wir uns, Habert Vor länger Vom Zehnten Zehnten wir hier Traniner , ne ne, ne, ne oh Gott, wer ist denn das jetzt hier, ach ja, denn Bart zack deutschland deutschland immer ziemlich ahnung lieblingsverein ja kommen haben wir raus muttersprache fremdsprache egal zack in die hand was nehmen wir hier das hier ja komm jetzt bin ich gerade schon ein foto genommen ja kann man hier viel auswählen 30 gibt es gibt so viele das sieht alles sehr realistisch aus die haben kann man jetzt hier nur ja er sieht sehr verschlafen aus es ist eindeutig zu viele auswahlmöglichkeiten vor allem unterscheiden die sich ein wie ein minder ja 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 wenn ich einfach mal die india kommt zack sieht so realistisch aus nehmen schon gleich den vom anfang ja kommt zack ja oder doch ja ja wie sieht ihr aus die sieht ein bisschen aus wie eine schreckschraube ja nimm mal die ja wie nennen wir die Ursula das ist einfach so das war es auch normal ich habe es jetzt mal vielleicht gespielt wenn wir können wir können jetzt einfach ein auswählen wie gut ist das denn ja immer werder bremen zack ja zwei jahre ok willkommen werder bremen bei der presse sind wir nicht sehr beliebt aber bei den anderen das ist also egal wir entscheiden uns von spiel zu spiel was ist das hier ein schutz daten werden eingelesen ok budget verhandlung international ich würde mal ja das bringt ja voll viel geld er hat ja würde ich schon so lassen ich bin ja hier so ein ok bauen kann man ein bisschen mehr ja komm hier so ok ist genehmigt nehmen wir so schnell sprechen wird durchgeführt oh jetzt hier ab ab klasse ein net abspielen brauchen wir nicht sponsoren verhandlungen ja das ist jetzt pursuit kiffer 10 und monopoly die wir haben am wenigsten geld ne raus fahren wir mal bei allen oh jetzt ist er raus scheiße so hier müssen wir ein bisschen gucken meister brempfeffer wir unterschreiben einfach hier das bringt uns der vierte momentan erst mal oh jetzt ist er eine verletzt kenne ich ja nicht zack wir haben wir haben auf jeden fall nicht absteigen nö nö würde ich jetzt so nicht sagen ja ein schlechtes Spiel ist draußen das machen wir mal so tschüss naja gegenstand ach so ihr seht ja man kann jetzt hier einiges so also hier sieht man kalender manager die aktuelle liga tabelle da sind wir auf platz 10 das ist schon mal gut ich möchte weiter oben eigentlich hin und dann sieht man hier die liste der spiele welches budget wir insgesamt haben den status des teams da muss man immer mal drauf achten wie die frische ist und so das manager level ist momentan noch ein bisschen uninteressant die finanzen die auslaufenden verträge da habe ich noch nie drauf geachtet jetzt kommen wir ja was ist nicht so ein wimpel hinstellen und hier sollen das dann noch und hier so ein hallo funktioniert hervorragend boah man jetzt ok es funktioniert wieder alles gut gut und dann nehmen wir hier unten noch so ein hinten fass hin und dann lassen wir den wochenablauf starten hier seht ihr die frische geht hoch die fitness geht runter müssen wir ein bisschen drehen alle spieler sind spielberechtig klasse training so ja wir müssen ein bisschen machen und alles ist schlecht deswegen müssen wir auch ein bisschen auf taktik achten und zwar wir fangen mal an mit abwehr alles zu nach der reihe durch wir müssen ja auch noch habe ich ganz vergessen wer hat jetzt gewinnen schalke das es nicht machen so schlecht ja ach bitte schon lange verpflichten ja klingt doch gut möglichst wenigkeit klasse 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 das war klasse 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 wir machen ja mal ein bisschen Musik betrieben das bist du ein für nicht das sound zu doch ich habe als тебе es geht das ist das k produces weisen weisen ein bisschen leise noch hat man das denn überhaupt noch ich weiß es nicht das müssen wir jetzt von den einen machen Teamführung da kommt das von deinem einen an die Leute ja komm das machst du Thomas ne das mach ich banden kann auch der machen ja ne ne ja das ist alles schön bei mir so das ist unser Kalender wann geht es hier los da Saisoneröffnung Klasse dann machen wir nochmal so ein Fanclub und dann machen wir schon so ein Dach komm alles voll da habe ich jetzt keine Lust drauf aber später wer hat gewonnen? Deutschland Klasse Klasse scheint scheint ja eigentlich müssen wir hier müssen wir jetzt auch achso muss ich vielleicht ein bisschen erklären erste Mannschaft dann muss man hier so die Teamtaktik festlegen also ich nehme jetzt mal als Spielmacher Frings und Pizarro als Sturmtank und dann kann man hier so nochmal was sie halt zu machen sollen aufstellung und Status und dann kann man hier das Spiel starten ich würde es immer im Videotext machen weil das 3D-Spiel dauert ultra lange und dann nimmt man einfach mal das Videotext oder wir nehmen hier den Textmodus wir nehmen einfach mal den Textmodus jetzt oh jetzt zieht es aber ja los achso dann kann man hier einrufen das ist ja klasse Klasse das wusste ich gar nicht wir machen jetzt mal hier Klasse wir haben schon mal ein Teuer geschossen Hervorragend ja und dann muss man jetzt hier so Ansprache machen wir motivieren die mal finden sie scheinbar gut alle ein bisschen Sturm hier loben oder so dann sind die ja nicht ganz gut so klasse Mittelfeldspieler motivieren wir mal und dann schicken wir sie zack scheint sie gut funktioniert zu haben oh jetzt ja momentan gibt es nichts besonders zu sagen okay oh ja wir machen das ja hier voll Kunde also jetzt habe ich das nochmal gedrückt hat gar nicht schon mal gebraucht 1 zu 4 klasse 4 zu 1 Hervorragend HALT ähm ganz für erste Woche ich weiß auch nicht wie lange wir jetzt aufnehmen das könnte ich mal gucken aber es war doch ganz interessant aber wir machen schon wieder was das hier ist ja 1 1 3 ist jetzt hier schon wieder New Center ja ok verlängert verlängert das hat hier unser äh Mensch hier gemacht ja komm hau doch raus jetzt jetzt geht's ja wieder los die trieb passant ist es nicht bei uns was sagt denn jetzt hier unser erhebt nix zu sagen noch jetzt für feuer angriff bedeutet dass das eben hervorragend 3 0 erfreuen sich alle ja loben loben scheint nicht viel zu gebraucht hat ja hier hat die wiese es sind hier überhaupt wasser frings toll torsten aber schon besser hier sehen grünfei nach oben und jetzt noch mal kommt jetzt hat er gleich maus gewechselt hat sie bereits im aura konzentration hat mich bereits war jawohl jawohl also 40 kann man nicht anders sagen perfekt ich bin ja auch hier in unterklassigen mannschaft da ist das auch kein wunder sag ich mal und da kommt schon die saisoneröffnung jetzt kommt da schon wird da was ja was was soll das jetzt leider noch frische frisch im kopf starten wir mal spielen augenland gleich mal fallen an klasse die putz mal weg wo was ist jetzt hier Tor 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 Clemens Fred klasse was ist das jetzt war ein was 6 zu 0 schwer machen wir Witze bringen uns um die Höhle das hier ist klingt gut alle mal loben haben sie sich verdient ja 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 die machen Witze und jetzt ist es nützlos oder was wir haben doch nicht mehr alle ja 10 zu 0 wir haben es geschafft vorne einsame klasse Kapital Kapital aufgezählt der zweiner ach ao der den den verkehrt ohne her jetzt was ist jetzt da oh alle hoch toll ja komm jetzt mal das immer sie natürlich unseren verein ganz oben zack zack und schon wir müssen auch hier nach der stärke gehen ach jetzt ist er wieder zurückgegangen muss ich leider so machen so machen wir einfach so wir haben das jetzt einfach komplett aus dem bauhaus gemacht naja jetzt jetzt geht es erstmal jetzt ist nicht richtig ich jetzt hier klasse jetzt geht es los ja können wir das jetzt gelassen haben noch bessere leute in verteidigung kann man sagt petri passaren vielleicht können wir dann den hier hin also so machen wir das jetzt mal und ich würde sagen das lassen wir jetzt dass man so ab jede post ja herr voll länger was haben wir tun was haben sie bieten ja das machen jetzt ist ein bisschen trat zuhören auuuu na oh voll voll jetzt voll drauf ja klasse aber ich kann auch jahren ja schon mal gut hier kommt hier motivieren er kann motivieren und jetzt raus mit euch los wenn das hier klappt hat weiß ich auch nicht und jetzt ist er kaputt ja wir haben es mal pp ja jetzt macht er mal ja voller angriff hat ja nicht gebracht das geht jetzt so nicht ja geht drauf das jetzt immer zu wollen ja 0 zu 0 was sind denn das für luschen man ist doch nicht wahr naldu ist verletzt dann können wir noch das vereinsgeländer ausbauen hier seht ihr wenn wir jetzt hier draufklicken können wir jetzt hier ausbauen oder so leider haben wir kein geld dazu obwohl das mal einer meiner lieblingsbeschäftigung ist man kann den kartenverkauf steuern man kann in märz steuern und auch mit den fans sprechen ja jetzt wir können jetzt hier auch so eine marketingkampagne machen das heißt ich erfolge kann man und dann kann man auch in den privaten bereich gehen und dann so sehen was so läuft da ich noch kein geld habe ich auch nicht aber man kann mal essen gehen oder so alter 116 und dann können wir jetzt nur noch mal ganz viel gucken der nächste ist welcher ist heute überhaupt der neunte also nächste worte von bayern klasse ganz super und ja dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten mal auch bei diesem spiel ich weiß es noch nicht aber lasst ein abo da lasst einen daumen hoch da wenn es euch gefallen hat wenn ihr das nochmal vorstellen könnt euch das anzugucken bis dahin ciao tschüss